Das Training wird sich bei mir in ein Ober- und Unterkörpertraining balten. Zum einen Mal stärker werden, mehr Muskelmasse, Funktionalität, Mobilität. Ich habe diesen Mercedes-Benz GLK, weißt du, diesen Mercedes-Benz Jeep da. Vor allem, das war richtig krass, weil da haben wir sie, in Anführerzeichen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen jetzt verarscht, besucht halt nach Autos und wollte nächstes Jahr holen. Und dann hat sie einen gefunden und ich habe das halt so überhört und habe dann gemerkt, hey, die hat auf den Wagen übelst Bock drauf. Und dann haben mein Dad und sie einen gefunden, wo sie gesagt haben, hey, den wollen sie haben. Und dann habe ich meinen Dad angerufen und meinte, hey, das müssen wir folgendermaßen machen. Du sagst es jetzt ab, sagst, nee, das war ein Unfallwagen, den kann man nicht mehr nehmen. Und dann gehe ich her, kaufe den und schenke ihn ihr. Ich finde natürlich auch, dass sie im Endeffekt den perfekten Wagen hat, den sie immer haben wollte. Und nicht einfach, dass ich jetzt quasi den falschen Wagen kaufe. Das heißt, sie hat den jetzt im Endeffekt 1 zu 1 ausgesucht, dachte, dass sie ihn jetzt im Endeffekt halt kaufen muss. Dann gab es die Absage. Sie war auch anscheinend übelst abgefuckt. Also mein Dad musste sich im Haus anscheinend schon ducken und jetzt holen wir den quasi direkt in Cottbus ab. Also es wird eine richtig lange, eklige Fahrt. Aber ich freue mich da übelst drauf. Das wird extrem, extrem geil. Jetzt sind wir gleich daheim, Leute. Hey, Schatzi, was läuft? Du bist im Vlog. Noch eine ganz kurze Sache, weil ich bringe die Fasten hier auf Kamera. Ihr seht, die sind schon wieder fast komplett weg. Das sind die veganen Koro-Biobärchen. Die sind übelst geil. Für die Kerstin und mich ist es perfekt, weil die Kerstin mag nämlich die roten und ich mag die anderen alle. Außerdem, Leute, K5 auf alle Koro-Sachen, die ihr hier seht. Die Kerstin probiert jetzt gerade. Wir essen eigentlich sau wenig Ersatzprodukt. Das ist nochmal ein Statement zu Soja- und Weizenkleber als Eiweißquelle. Erstens mal, essen wir gar nicht so viel Protein, aber wir testen jetzt mal diese Hacksteaks. Und allgemein, Leute, ich esse eigentlich so 90% vollwertig und ich esse Ersatzprodukte. Und Supplements machen bei mir vielleicht 5-10% aus. Und Supplements nehme ich auch hauptsächlich, also bei mir sind die wichtigsten, die Gesundheitssupplements, die ihr hier alle sehen könnt. Also hauptsächlich die ganzen Gesundheitssupplements von ProFuel für die Gelenke, Vitamine, Minerale, alles. Hier Kurkuma, Spirulina, Algen, also diese ganzen Sachen. Und die anderen Subs, die sind noch ein paar Prozent, aber so viele kommen her und fragen erst mal gleich, hey Karl, wie viel Kreatin soll ich nehmen? Da frage ich, hey, wie viele Kalorien isst du überhaupt? Ja, weiß nicht. Und dann sage ich, hey, Ernährung ist Numero Uno und dann kommen erst die ganzen Subs. Morgen, Leute, was geht? Kerstin war gerade schon beim Pferd. Packt die Sachen zusammen. Ich habe meine Morgenroutine schon durch. Ich habe doch noch ein Exemplar vom Buch gefunden. Hier könnt ihr sehen. Und jetzt muss ich erst mal raus. Einen tiefen Atemzug holen. Jetzt fahren wir also ins Gym. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich fange dieses Jahr noch, kurz vor Silvester, ich muss nicht auf Silvester warten, ein neues Trainingsprogramm an. Das heißt also, ich mixe jetzt im Endeffekt zwei Hauptelemente, beziehungsweise drei Hauptelemente. Ich will natürlich zum einen Mal stärker werden im Bereich Powerlifting, bei den Grundübungen. Und vor allem also wirklich schweres Training, hartes Training, niedriger Wiederholungsbereich, stärker werden, intramuskuläre Koordination. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei wird sein, Hypertrophie. Das heißt also wirklich Muskelaufbau, Muskelquerschnittserweiterung, mehr Muskelmasse. Und Punkt Nummer drei wird sein, Funktionalität, Flexibilität, Mobilität und Geschwindigkeit, also Explosivität. Ganz, ganz, ganz wichtig. Diese drei Elemente mixe ich jetzt alle komplett zusammen und daraus, Leute, machen wir dann ein neues, richtig geiles Programm. Erstmal war es natürlich der absolute Wahnsinn, wie viele Leute jetzt gerade in den letzten sechs Wochen eingestiegen sind und sich entweder ein Programm für zu Hause geholt haben, Muskelaufbauprogramm oder ein Definitionsprogramm, namentlich The Shred. Mich freut es natürlich immer extrem, wenn da neue Leute einsteigen, vor allem auch so viele neue Leute, wie jetzt in den letzten paar Wochen. Das war wirklich brutal. Aber mich freut es natürlich immer noch mehr, wenn ich dann die Resultate sehe von den Leuten, die das wirklich durchziehen und die Quote ist da richtig hoch. Das freut mich wirklich brutal. Wenn ihr auch mal wissen wollt, was für Programme ich eigentlich alles habe explizit, wenn ich da mal ein Video machen soll, was wirklich alle erklärt, die Unterschiede, den Aufbau, den Inhalt und so weiter. Weil da gibt es ja immer viele Fragen. Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare drunter, dann mache ich da mal zu dem ganzen Ding so ein Overview, was es alles überhaupt gibt. Und in Bezug auf die Fitnessprogramme noch zwei Sachen. Die allererste Sache ist die Leute, wir müssen natürlich noch eine Zielgruppe abdecken. Ich mache ja auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, Business, Wirtschaft, Politik, solche Sachen. Da sind sehr viele Leute drin, die haben wenig Zeiten, die wollten so ein Business Body oder so ein Busy Body Programm haben, wo man wirklich ultra flexibel trainieren kann. Das heißt also, wenn man auch auf Reisen ist, zu Hause, im Gym, in unterschiedlichen Gyms mit Alternativübungen, mit nur zwei bis drei Trainings pro Woche, dann Ernährung. Also was soll ich essen, wenn ich unterwegs bin, Snacks zum Einpacken, Gerichte, die extrem schnell gehen. Wenn ich im Business Lunch bin oder beim Geschäftsmeeting, was soll ich dann wählen in unterschiedlichen Restaurants, wenn ich dann doch mal zum Fastbook gehen muss, was kann ich wählen? Also so ein Programm wird definitiv noch hoffentlich für Weihnachten oder spätestens noch zu Neujahr kommen. Ich sehe da eine sehr, sehr große Nachfrage. Und die zweite Sache ist, es ist extrem wichtig, dass ihr auch wisst, weil ich als Konsument, ich finde schon irgendwo cool, wenn ich weiß, hey, was wird man mit meinem Geld angestellt? Auf der einen Seite, ich weiß, ich kaufe da zwar was, ich bezahle da Geld, ich bekomme da was und eigentlich geht es mich nicht so wirklich zu 100% was an, was dann die Person, von der ich was kaufe mit dem Geld mache. Aber ich will da einfach mal ganz offen sein. Ich stecke das ganze Geld in die vegane Healthy Food System Gastronomie rein, Leute. Das heißt also, jeder Cent, den ich da verdienen, den reinvestiere ich. Auch das ganze Geld, was ich bei Supplements, bei Kleidung und den ganzen Businesses investiere. Einen Großteil muss ich jetzt erstmal die nächsten wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 Jahre in die vegane System Gastronomie reinstecken. Es fängt jetzt erstmal an mit Säften, mit Saftkuren, dann wird es aufgebaut zu Smoothies, veganen Frozen Yoghurt, Oatmeal, Salaten, Wraps, alles mögliche. Das heißt, da geht das Geld rein. Das schafft nachhaltiges Business, nachhaltige Arbeitsplätze, schafft ein Angebot von nachhaltigen Produkten. Das heißt also, dann seid ihr wirklich Teil von was richtig, richtig Geilem. Und jetzt gehen wir erstmal ins Gym. So, die Kerstin und ich, Leute, war gerade ein Typ aus der Schweiz extra hier im Fit One. Soweit müsst ihr nicht fahren. Wir sind am 16.12. und das ist in Nürnberg, das große Opening, kostenloses Buffet, Training, riesen Aktionen, kommt vorbei, es wird mega nice. Jetzt hauen wir im Training rein. Also Leute, das Ganze wird bei mir folgendermaßen aussehen. Ich werde einen Zweiersplit machen. Ich empfehle sowieso für alle Leute, die noch nicht 5 bis 10 Kilo oder gar 15 Kilo Muskelmasse aufgebaut haben, dass sie erstmal ein Ganzkörpertraining machen. Und dann kann man später mal einen Zweiersplit machen. Ich werde die erste Übung immer so gestalten, dass ich jetzt ein neues Progressionssystem habe. Das heißt also, sehr schweres Training, mehrere Sätze zwischen 1 bis 5 Wiederholungen. Dazu später in kommenden Videos. Und ich werde das Ganze auch periodisieren und damit einfach ein paar Kraftplateaus brechen. Das Training wird sich bei mir in ein Ober- und Unterkörpertraining spalten, also splitten. Daher auch der Begriff Split-Training. Und der Fokus wird erstmal auf schweren Grundübungen liegen. Und allgemein im Training werden sehr viele Grundübungen gemacht. Vor allem am Anfang die ersten 30 bis 50 Prozent des Trainings. Dann kommen weitere Assistance-Übungen, die entweder hauptsächlich auf die Schulter, Brust oder Rückenmuskulatur fokussiert sind. Wobei jedes Mal alles trainiert wird und dann die zweite Charge-Grundübungen mehr im Hypertrophie-Trainingsbereich. Das heißt also eher 6 bis 8 Wiederholungen. Jetzt nochmal was zur Intensität, ganz wichtig. Viele Leute gehen her und trainieren schon bei der ersten Übung, bei der zweiten Übung bis zum Muskelversagen. Somit wird nicht nur schon während der ersten und zweiten Übung das Leistungsniveau unproportional stark abfallen. Sondern man kann dann auch in den weiteren Übungen nicht mehr richtig Vollgas geben, keine adäquate Leistung mehr bringen. Und wer in der ersten und zweiten Übung sich schon völlig raushaut, bis er ans Muskelversagen geht, der wird einfach sein zentrales Nervensystem extrem stark belasten. Vor allem bei Grundübungen, vor allem bei Dingen, die beispielsweise Kreuzheben und bei Wiederholungsbereichen von 1 bis 6 Wiederholungen. Dort ans Muskelversagen zu gehen, ist definitiv auf lange Frist nicht sinnvoll. Man kann sich da vielleicht ein paar Wochen lang steigern, aber da kommt man dann recht schnell an einem Plateau ran. Ganz hingegen jetzt ganz am Schluss, bei den Isolationsübungen im Wiederholungsbereich von 10 bis 15 Wiederholungen, für kleine Muskelgruppen, Bizeps, Trizeps, Schulter. Bei Übungen wie Trizepsdrücken, Seitheben, Bizepscurls, da kann man wirklich komplett Vollgas geben. Da kann man bis zum Muskelversagen trainieren, weil in diesem höheren Wiederholungsbereich und bei diesen Übungen, wo auch nicht so viel Gewicht verwendet wird, bei Isolationsübungen, da kann man das zentrale Nervensystem kaum überlasten. Das heißt, da kann man wirklich dann gegen Ende vom Training bei den kleinen Übungen nochmal richtig Vollgas geben, dass man da nochmal in Schulter, Bizeps, Trizeps, Waden und solche Muskelgruppen nochmal richtig Volumen reinkommt. Das heißt, hier jetzt mal ein paar Tipps. Das Training von mir, das werde ich jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten dokumentieren, auch wie ich mich da krafttechnisch und auch körperlich von der Optik her weiterentwickele. Dann werden wir diese ganzen einzelnen Aspekte nochmal weiter im Detail erleuchten. Ich hoffe, es war ein bisschen aufschlussreich, ihr konntet was mitnehmen. Und Leute, nicht vergessen, wenn ihr noch nicht wisst, welches Trainingsprogramm, welches Ernährungsprogramm für euch das best geeignetste ist, macht mal den Körpertypentest, schaut in welche Kategorie ihr reinfällt. Hier ist er, viel Spaß damit. Abschließendes Essen. Für die Leute, die sagen, hey Carlos, gestern Abend das gleiche gegessen. Ja, habe ich. Mache ich auch fast immer, immer zwei, drei Tage lang, weil es natürlich viel zeitsparender und effektiver ist. Ich mache eine Mahlzeit und zwar gleich in der Menge, dass ich weiß, okay, das Essen hält sich zwei, drei, vier Tage, dann haue ich gleich vier, fünf, sechs Portionen raus, und mir spart es auch viel Zeit.